Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich wieder mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto, was inzwischen bei 2313,55 Euro liegt. Ich habe ursprünglich mit 1021 Euro angefangen. Bis heute habe ich einen Gewinn von 1292,55 Euro gemacht und einen durchschnittlichen Gewinn nach 15 Tagen von 86,17. Meine Einstiegsstufen sind 25,63 und so weiter. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten und beginne mit 25 Euro. Zuvor schaue ich mir die Wirtschaftsdaten an. Wir haben wichtige, sehr wichtige News in allen Abwehrungspaaren. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien. Unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren. Der Tages News und des richtigen Chartbildes. Ich mache zwischen 52 und 5 Trades Euro-Yen. Minus steige ich ein. Minus steige ich ein. Zweimal. Und ich gehe auch noch ein drittes Mal rein. Nun sollte er an den nächsten Sekunden wieder steigen. Aktuell sind alle drei Trades in Gewinn. Und ich gehe auch noch ein drittes Mal. Alle Trades gewonnen. Das ist ein satter Tagesgewinn von 177,12 Euro. Wer sich für meine Strategie interessiert und diese erlernt möchte, kann noch bis 31.12. meine Corona-Aktion in Anspruch nehmen und bis zu 849 Euro sparen. Ratenzahlung ohne Aufpreis ist auch möglich. Ab 1. Januar 2021 ist dies nicht mehr möglich, da diese beiden Kurse wegfallen und nur durch einen Videokurs ersetzt werden. Wer sich bis 31.12. und dafür entscheidet, bekommt diesen Videokurs gratis dazu im Wert von 599 Euro. Also es lohnt sich. 46 Plätze sind schon weg. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adios. Und auch. Sind Sie ins